Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Anbau genveränderter Lebensmittel soll also den subsidiaritären Charakter der Europäischen Union stärkend wieder an die nationalen Parlamente zurück. Und das ist im Prinzip natürlich gut, denn das ist eine der Forderungen, die wir auch als AfD immer erhoben haben. Und deshalb kann ich gut verstehen, dass der Kollege Liese hier die Bedenken der Kanzlerin genannt hat. Denn jetzt muss sich die Kanzlerin, die das bislang gerne nach Brüssel abgegeben hat und dann nichts damit zu tun hatte und nichts damit zu tun hatte, dass man sich um 88 Prozent der deutschen Bürger, die sich große Sorgen um diesen Anbau machen, gar keine Gedanken machen muss. Nun wird sie sich damit auseinandersetzen müssen und sie wird eine Antwort geben müssen, etwas, was unsere Kanzlerin besonders ungerne tut. Aber selbstverständlich geht das, was wir hier beschlossen wird, bei weitem nicht weit genug, denn wir werden in der Tat ein ziemliches Kompetenzchaos haben. Und wir werden vor allen Dingen als Parlament darauf aufpassen müssen, dass am Ende nicht, wie es schon beim Assoziierungsabkommen mit der Ukraine der Fall gewesen ist, über TTIP diese Regulierung wieder aufgehoben wird. Herzlichen Dank.